Die Kamera kann man übrigens auch frei drehen, in diesen... Also geht freie Kameradrehungen. Ja oder auch, landet halt im Gebäude auch mal, ja. Wenn man gerade mal gesehen hat. So, mit dem, was ist hier ein Grab? Graveyard? Man who drank, gambled and died from Persian fish. Just as he planned. Rest in peace. Ah ja. Rest in peace nameless hero. Well, we think he must have a name, but nobody asked him. Ja, kennt ja auch jeder, ne. Das Phänomen mit dem namenlosen Helden. Ja, wir haben hier immer einen Namen. Ja, wir heißen immer an Aerie. Person Mutatze Knowledge of the Library. Was heißt das denn? Keine Ahnung. Hat es vielleicht eine Bedeutung wie Beta? Ich weiß es nicht. Ja, weiter geht's. Mal raus. Ja, hier, wie gesagt, gerade hier, wenn es in höheren Sichtweiten geht, da bricht die Performance Lahnlos ein auf dem Emulator. Ist ein Kompanitätsproblem einfach. Hat nichts mit Hardware zu tun, nur ähnlich. Jetzt reden wir mal mit den beiden hier. Wollen wir mal das Schild gucken, ne. Ah ha. Hat auch keinen Namen. Cool, drehen wir mal mit dem hier. Hm. Nancy? Or Connie? Huh? What's wrong? Woah. You scared me. Oh, it's you Aerie. When did you show up? When did you show up? I didn't even notice. Aerie, you look real gloomy. Anyway, you know what? The Circus is coming to the field over there tomorrow night. Hm. Really? I, I, I definitely gonna ask Julia out this time. I, I, I will do it. And me and Julia are gonna go out on an, on a romantic, romantic date. I wonder who I should ask out. Aerie, why don't you ask somebody out too? It's the Circus. Got her narrowed down my list. Ha. I bet he doesn't have the guts to ask a girl out. Ha 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 ha. Chicken. Oh, yeah. Oh, you are in the middle of an event, huh? You'd better go quick. Ja, wie kann mein Wort nicht rausheben. Ha. Was ich da auch manchmal? To Tenel Village? Go straight. You know that. You've been here since you were born. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ha 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 ha. Ami, wusste ich noch gar nicht. Äh, ja, kann passieren. Lalalala. Was ist das? Amy! Where are you going? Erzähl mir was da. Muss ich doch nicht. Ich dachte, hier geht's rein. Hier geht's zum Feld. Da ist auch ein Punkt. Mehrere Punkte in Richtung Westen. Gehen wir halt mal zu Tenel. Boah, Tenel. Wie soll man das nennen? Ich denke mal Tenel. Oder Tinel. Oder irgendwie so. Ist doch egal wie es heißt. Irgendwann mit T und Enel. Ha 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 ha. Oh, was haben wir hier für jemanden? Schild und Franz Julia. Ah, das ist die Julia. Hi Julia. Hi Julia. Don't worry. I am used to being ignored. Ja. Okay. Hm. Ich kriege gar nicht mit. Stelzi. Stelzi. Aren't I? Who? Oh, Eri. I was daydreaming. Sorry about that. Hey. Did you know the circle is coming tomorrow night? Uh. So that's what the big tents are about? Isn't it great? It's the circus. So. Aren't you gonna ask me to go to the circus with you? Ich sage besser gar nichts. Um. Sometime soon I... I need to tell you something important. Um. Uh. I have to go. See you. Ich wusste auch nicht wirklich was ich sagen sollte. Oh, keine Ahnung. Was haben wir hier? In. Closed due to water shortage. We don't get gas anyway. Haha. Lent lot of in. Oh, ja. Ich wisch die. Oh, ja. Meat. Ah. Lert mal auf. Schlachter, ne? Hi. How can I help you? Good thing water is in stock. We are gonna be open today. Ground beef is 20 zuckel today or suckle. Buy now or it may not be here tomorrow. I will buy. Weiß mal nicht wofür aber egal. Hey. Hey. How are you? How are you? That was the last of the meat we have for today. Now I am ready to close. Abby has acquired ground beef. Oh, er hat den ersten Geschäft gemacht. Getting ready to close today. Okay. If we continue to get no water, we might not open tomorrow. Oh, schlecht. Haben wir Neues erhalten. Äh, nee. Das war falsch. Ich wollte da hin. Ground beef. Bought from Butcher. What are you gonna do with it? Ja, da das Spiel würde mir sagen, aber offenbar haben wir es nur gekauft, um es zu kaufen. Ähm, ja. Weil wir eh reich sind mit 1000 Gold, äh, Geld. Ist das Gold oder nicht? Ah ne, steht einfach Money, einfach Geld. Okay. Ah, ein paar Leute im Reden. Oh, dear. This just won't do. The water supply has stopped and almost all the stores are closed. It's under investigation now. It might be related to the ghosts. If that's the case, we are in big trouble. Welche Geister? Ähm, dasselbe nochmal, aber wir nie nochmal vorlesen natürlich. Wir nehmen hier. They say there are ghosts in our neighbor town Madril lately. Brrrr, scary. Ghosts? Hmm. I don't know much myself. But what I do now, is there evil, violent and attack people. Brrrr. Shills me to the bone. Aha. They say there are ghosts in our neighbor town Madril lately. Brrrr, scary. Ja. Wir nochmal machen, weil wir nochmal reden wollten. Genau. Madril? You've never been there? It's a big town with lots of machines. It's in a different class Sentinel. Aha, ne Nacht, ne Stadt sogar. Was ist das hier? Tinker. Nur, nur, nur mit ER statt mit A. Sonst hab ich eine Katze. Sonst hab ich mir eine Katze hier für ewig im Spiel. Auch nicht schlecht. Can't do business without water. I will be sleeping. Blacksmith sub owner. Er hat auch zu. Natürlich ohne Wasser. Weg wieder. Gehen wir später hin. Amy, listen to this. My aunt told me she saw it. In the woods near the village. Spooky. Black thing like a shadow. Could that be the ghost people are talking about? Was will ich denn? Wollt ihr euch das wissen? Bin ich allwissend? Ich bin nur ein normaler Junge. Close to the clothes due to shortage. And for those who owe me money, pay up quick! Drip in, hostess. The prettiest girl in this town would have to be Julia. She has a neat and clean air about her. And your little sister Annie. She is a pretty one too. Hmm. What she will like be... What... What will she be like in 3 years? Ja, bin ich mir kurz hängen geblieben beim Vorlesen. Tut mir leid. Passiert mal. Ja, also Julia offenmal hier das Mädchen der Stadt zu sehen gemäß. Shop other one. Ha! Also weiß das Ding wirklich. Shop other one. Ha! Hi Airi! Come to shop! Take your time! Okay, was können wir hier kaufen? Nut, wait for a snack. Recovers 50 HP. Ja, gut. Dann kaufen wir mal. Was kostet mir diese 4? Am besten ein paar mehr. Haben wir ein bisschen Geld. Uuuch, 25. Jo, haben wir. Energy Flower, Energieblume. Heavenly Beauty. Recovers von Ki... Äh... Von Ki... 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 Oh, ja. Knockout. Brauchen wir den? Haben wir auch gar... Ja, ich glaube wenn wir K.O. sind wir eh tot, glaube ich. Aber eine können wir mitnehmen. Falls wir dann mal jemanden finden sollten. Dann haben wir dann eine. Binks Pro Winter Mountain Air. Curse Poison. Ah, also gegen Vergiftung. Wollen wir auch wieder ein paar verkaufen. Am besten auch. 25. So, Guidance Evil. Dungeon Depths won't get you down. Back to Dungeon. Ach, was ist das denn? Hier haben wir einen von mit. Haben wir noch ein bisschen Geld übrig? Passt schon. Haben wir noch ein bisschen was gekauft. Braucht es wahrscheinlich noch nicht alles wahrscheinlich. Kann man das hier noch mehr zu oder? Ne, es gibt nicht mehr zu. Dann ist das alles selber. Ebenso gelesen haben. Dann für einer. Retired Generalist. Vorgänger quasi. Oh, Eri. How are you? How is your grandpa? Your grandpa and I. We were rivals way back when. We were rivals over your grandma. It was really something. We used to get into tremendous battles over who was going to get her love. Here is a little something that will come in handy. Come visit me again. Quartain sukel. Ja, fällt mir gerade an. Ich hab vergessen mit den Großeltern zu reden. Die sind auch im Haus. Ähh, das können wir mal am besten gleich machen. Bevor das Weckerei gehen. Dann werden wir noch mal kurz nochmal nach Hause gehen. Aber ich darf vergessen, dass hier dann auch sind. Aber ich hab jetzt nicht kennengelernt. Da hab ich ja festgestellt bei meinem Trobo läuft damals, erinnert mich noch relativ gut dran. Ehm. Why is though lady. Oh Eri! Thanks for Cammy. Für kommen, für kommen, ja, für kommen. Since you came here all the way to see me, I will tell you something useful. Go shop at a butcher, something good might happen to you. Woah, even the bath clothes, because of the water shortage. What I am gonna do now? Hey Eri, doing errands? The bakery? The bakery is right there. Why the sign says so, right? If you go up the steps in the village, you will see the village office, where your dad is. Before you go to the bakery, why not go say hi to your dad? Waren wir eh auf den Weg und wir müssen eh nochmal nach Hause. Ah, and tell your dad, we have to have a drink together. Ist das ein richtiger Satz? We have to have? Klingt total untypisch für Englisch. Ja, ich glaube, die Übersetzung ist aber nicht so gut. Fehler, beachtet. Wie immer bei japanischen Spielen. Ich glaube, have to have? Weiß nicht, gibt's das im Englischen überhaupt? Keine Ahnung. I have no idea why. But the people at the village office, they say the church is off limits. If I don't go to church every day and pray, I won't have any peace of mind. Aha. Okay. Äh, da war auch noch ein Häuschen. Guck mal. Seems no one's home. Ja, sowas. Findest hier vielleicht jemand zu Hause? Bei diesem großen... Die Villa des Dorfes, ne? Die Villa des Dorfes ist in der Tür. Ah. Ah. My father is called the elder of the village. Ja, hab ich nicht gedacht bei ihrem Namen. Draht er auf se älter. Man, ah, liegt. Ja, okay. Mach ich mal. Over there. Und hier. Huh? Ah, Eri. Good to see you. Came to listen to my life story. Huh? Uh. Stare blankly. Very well. You want to hear it? Nein. Then I will tell you about the evil king. The evil king is the ruler of the ghosts, his evil creatures. A fearful king of terror. 300 years ago, an evil king called Goma destroyed half of the world. But a hero called Hopkins defeated Goma after a pitched battle. Since then, the world has been peaceful. But I hear the rumor about ghosts. Could it be that a new evil king... Nah. Never. That couldn't happen. Ja, teilweise verbrech ich mich noch. Tut mir leid. Ist auch kein... Ist voller Absicht. Natürlich. Muss ja ein Markenzeichen sein. Versprecher. Hahaha. Ja, hier reden wir mal kurz rum hier. Guck mal, was ist das? The door is locked and cannot be opened. Das ist schlecht. Kuff, kuff. Also, klopf, klopf, glaub ich, ne? A coughing can be heard from behind the door. Oder corching. Corching, oder so heißt das, glaub ich, ausgesprochen. Ja, manchmal weiß ich auch die Aussprache nicht. Bei manchen einzelnen Wörtern kann man auch mal vorkommen. Vielleicht sind auch Wortschöpfung hier in dem Spiel. Die gibt's vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Sollen wir mal hier hoch. Uuuuut. Ja. Ganz extrem. Intellectproblem hier. Eigentlich. Sieht man eigentlich total, aber... Ihr habt's doch jetzt halt so gewollt. Hm? Hm? Aren't you the manager's son? Yeah. He is inside. Hm. I'm out here talking a... Taking a break. Nicht talking. Taking a break. I'm not goofing off so. Really. Ja, das war jetzt wieder volle Absicht. Ja. So, gehen wir mal rein in den Häuschen hier. Was haben wir hier? Drei Leute. The most pressing issue we are facing is the server's water shortage. Trouble seem to have occurred somewhere in the waterway at the basement of the church next door. Aha. In der Kirchnerin was the line was here. We, the public workers, work to ensure the stability of the everyday lives of the villagers. But there is another job. To manage the classification table of people in this village. Classification table? Yes. The classification table. It's a list that arrives regularly from the royal city, far away. Based on the reports we sent, it classifies people according to their character. It's necessary to maintain public order. We should get the new classification for this year from the royal city soon. Aha. We, the public workers, work to ensure the stability of the everyday lives of the villagers. But there is another job. To manage the classification table of people in this village. Which classification do I fall into? Yeah. We, the public workers, work to ensure the stability of the everyday lives of the villagers. But there is another job. To manage the classification table of people in this village. In this village. Yeah. We will read it again and read it again. Cool, right? Don't label me. Our manager. That's your dad. He doesn't like the classification table too much. 92. 2.